Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, wenn du mir eingeschaltet habt, Keller. Neues Best-of vom Wochenende-Rühnchen. Ja, meine Freunde, es ist endlich passiert. Nach vier Wochen, wir haben die erste Special-Karte mal wieder gezogen. Wahnsinn! War ein Moment, ich war ein bisschen überfordert in dem Moment, kam darauf nicht klar. Ich kannte so eine Situation sehr lange nicht mehr. Wir haben seit vier Wochen keine Special-Karte mehr gezogen oder Event-Karte. Special-Karte schon mit Info, aber Event-Karte. Das Event-Karte gelaufen ist, haben wir nie eine gezogen. First World Problems, natürlich, aber der Bann ist gebrochen. Ich kann es hier so sagen, ja. Wir haben, ich weiß nicht, am Ende des Tages haben wir die eine oder andere gezogen. Das alles seht ihr jetzt hier in dem Video. Wir haben die Crew geprankt, dass die Icon-Wette gewonnen ist. Bei den, ich weiß gar nicht, bei Broski hat es sehr, sehr gut funktioniert. Vielleicht kriegen wir da auch noch ein paar Bilder von der Regie hier rein, wenn es soweit ist. Alles in allem war es trotzdem wieder ein lustiges Wochenende. Vielen, vielen Dank noch an die Leute, die auf Twitch und den Streams dabei waren. Dankeschön an die Leute, die hier dieses Video supporten. Würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Ich hoffe, ihr hattet nichtsdestotrotz auch ein schönes Wochenende. Guten Start in die neue Woche. Wir sehen uns Mittwoch auf Twitch wieder und Donnerstag in den Rewards hier auf YouTube. Und am Wochenende dann wieder mit einer Dual-Aufnahme, denke ich. In diesem Sinne, ich bin raus, macht's gut, wünsche euch eine Menge, Menge Packlack und Stellung halten. Viel Spaß mit dem Video. Suat! Hör auf da! Mega-Pick! Mega-geil, ey! Wann wird das erste SBC-Pack bei uns klingeln? Wann? Wann ist der Tag? Heute wird er wahrscheinlich nicht sein, ne? Passan hier, läuft. Na, 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 na. Ah! Wie findest du Inscope? In der Regel auf YouTube, ne? Ja! Geil! 3K oder was bringt der? Oh, jetzt aber, komm. Solange nichts Dickes mehr gezogen hier, ne? Oh, 10K läuft! Jawohl! Salah! Also, was soll ich denn mit dir? Junge! Ja, kein Stress, kein Stress. Ja! Äh, Messi! Ey, ich dachte immer, der Messi sieht anders aus, Chat. Maaaann! Lieber können wir auf jeden Fall, Leute. Ah ja, ich bin noch oben hier. Okay, pass. Gerade zu ihm wäre in meinem Mathe-Tektorium schauen. Sag mal deine Meinung zu Mathe-Lehramt. Das sieht doch nicht, Digger. Wer kann, der kann's, ne? Ich kann das nicht. Mathe war immer bei mir so, ich kann, aber ich will nicht, weißt du? Ich bin ehrlich zu dir, es gibt geilere Fächer in der Schule. Wie Mathe, aus meiner Sicht. Pause, große Pause, kleine Pause. Also, die Fächer, die haben mir immer mehr gefallen. Sport, Kunst, Schule aus, Freistunden. Wir hatten kein Erdkunde bei uns. Bei uns hieß das anders. Gesellschaftslehre? Was stimmt mit dem Game, wie es seit gestern? Also, bei mir ist das seit Mittwoch. Bei mir ist das seit Mittwoch im Stream. Also, Mittwoch im Stream, auch schon eine absolut Katastrophe. Aber was war denn daran, zu schlimm zu fragen, warum du Babu spielst? Ja, weil ich den wahrscheinlich scheiße finde. Deswegen spiel ich den. Ja! Special Card, Junge! Stell euch mal vor. Bex, stell dir mal vor, sowas wird's wirklich geben. Stell euch mal vor. 10k in der Tisch. Haaland. Und Iljonuzi. Super. Stell euch mal wirklich vor. Jedes Event, was in FIFA kommt, um die Karten ziehen zu können, musst du ein DLC kaufen. Damit du die ziehen kannst. Ein Zehner. Ein Zehner oder ein Zwanni. Ach, wär das geil. Hey! Hey! 10k! Ja, sieh mal doch! Nice! Weageling-Format, der Typ, ne? Jawohl! Wir fänden durch! Und da ist er, der Modric! Jawohl! Mann, ey! Ich zeige euch jetzt mal, wie man ganz schnell Zuschauer, ganz schnell Zuschauer auf Social Media gewinnt und andere Leute bekloppt macht. Icon-Wette beendet. Icon-Wette beendet. So, und jetzt passt genau auf, was passiert. Einfach nur aufpassen einmal, okay? Gucken, aufpassen, zurücklegen, genießen. Icon-Wette beendet. Icon-Wette beendet. Finde ich gut, wie ihr mitmacht. Finde ich gut, wie ihr mitmacht. Fühle ich. Wie ihr selten Objekt habt. Checkt doch sowieso keiner. Das checkt doch keiner. Endlich vorbei, die Scheiße. Endlich vorbei. Es wurde Zeit, oder? Chat, es wurde einfach Zeit. Mann, 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 ey. Stein, die hat wirklich nur 90-Plus-Icon gezogen? Der hat die 90-Plus-Icon-Wette wirklich mitm Schmeichel gewonnen. Jungs, dann hat doch auf. Nicht so einfach. Nicht so einfach, Jungs. Come on. Come on. So, jetzt wieder alle zurück, da wo ihr hergekommen seid. Ich wollte meinen Chat nur einmal demonstrieren, wie schnell das geht. Och, halt doch dein Maul. Wie frech ist denn das, du Wichser? Nicht mehr folgen. Nicht mehr folgen. Wie kann ich meinen Sub kündigen? Wie kann ich meinen Sub kündigen? Wie kündigt man Sub? Wie kündigt man Sub? Ich wollte meinen Chat nur einmal demonstrieren, wie schnell das geht. Ich wollte nur einmal zeigen, wie schnell das geht und wie einfach das ist. Ich habe mir den gekauft. Tut mir leid, wenn das einer geglaubt hat. Ich habe mir einen Spaß erlaubt. Ja, ich bin vielleicht ein schlechter Mensch, aber ich wollte auch mal Spaß haben heute. Sorry, Leute. Sorry. Ich habe einfach nur gesagt, ich habe so schlechte Laune gehabt. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie Social Media funktioniert. Ich mache jetzt einfach mal mehr Zuschauer. Hast du dir ein Gegentor gefangen deswegen? Ehrlich, also mein Sub ist natürlich weg. Ja, da ist doch keinem in Leben. Das kann ich dir auch einfach nicht verzeihen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich sage dir ganz ehrlich, guter Prank, hast du mich oft genommen, gebe ich dir. Aber ich werde, ich sage es wirklich, ich werde lieber durch so eine Prank-Hopse genommen, als hätte ich jetzt wirklich die 90 plus Icon-Wette an den Speichel verloren. Das wäre mir egal. Digga, du hättest mir im Hals, im Hals hättest du mir nach Öl bohren können, wenn das jetzt wirklich eine Icon gewesen wäre, ne? Jetzt kriege ich ein bisschen Karma, das ist okay. Das ist okay. David Silva, ist gut. Bisschen Karma, da kann ich jetzt mit leben. Wäre das jetzt eine Icon gewesen, ne? Wird er selber befordert, S, S, B, C, S, K, und, und, und. Ja, go. Ey, Digga, die laufen. Komm, jetzt mach. Messi. Aber heute laufen die gut. Die laufen heute echt nicht verkehrt. Wir sind an was ganz Großen dran. Wir sind an was ganz Großen dran hier heute. Ich kriege jetzt gerade halt noch so eine kleine Karma-Welle. Ich bin auch kein krasser FIFA-Spieler, war ich aber noch nie. Aber bei mir geht's. Messi. Watkins. 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 Dahinter. Dahinter, wen haben wir denn noch nicht? Dahinter ist, äh, boah, ja, äh, einen zweiten Ronaldo. Einen zweiten Ronaldo würde ich nehmen. Oder ein Van de Beek. Der kostet aber wenigstens ein bisschen wat, ne? Ja, aber ich hab mal einen. Hey, guter Start. Argentinien. Ronaldo. Ist okay. Ich hab nur die Befürchtung, dass wir den jetzt 32 Mal ziehen werden. Für SPC. Für SPC. Nein, bitte nicht. Bitte mach nicht diesen hoch. Bitte nicht. Ich dachte, ich hab den Untrade, Alter. Hey, der Bann ist gebrochen. Oh mein Gott, der Bann ist gebrochen. Ich komm gar nicht klar grad. Oh Gott. Jawoll. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll grad, ne? Nach vier Wochen die erste Special Card. Oder Event-Karte. Oh mein Gott. Hätte ich mehr schreien sollen. War meine Reaction zu low. Es geht ja doch noch. Es geht ja noch. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Also dann quasi FIFA. FIFA 24 wird das Ganze aufgelöst, würde ich mal sagen. Es ist Black Friday nicht. Meli, ich weiß nicht, ob du dich zurückerinnerst an letztes Jahr. Lightning Round. Die ersten Lightning Rounds kamen. Jeder hat einen Pack bekommen aus der Lightning Round. Oh, Drogba. In einem Drogba-Band, das würde ich fühlen. Mit langer Drogba, wie viel hat der? Mit einem Drogba, das würde ich anders fühlen. Ich schwör bei Gott, ich habe keinen Lupfer gedrückt. Ich habe ganz normal geschossen. Wow. Ich habe früher auch mal ein Aquarium gehabt. Ich weiß gar nicht, wann das war. In meiner ersten Ausbildung, in meiner ersten Ausbildung habe ich mir auch ein Aquarium geholt. Ich muss das kompensieren mit dem Riesen-Aquarium. Boah, ich sage dir ganz ehrlich, das sieht schon geil aus, ne? Das sieht schon fett aus. De Jong, De Jong. Fan De Jong ist das, ne? Aha! Casey! Hey! Wir sind da! Der Bann ist gebrochen. Was? 200k? Was? So das denn? 200k? Warum? Ich habe jetzt gedacht, wir ziehen den Back-to-Back. Ich dachte, da wäre Back-to-Back. So eine Scheiter, das habe ich mit dir. Ich dachte, da wäre wieder einer. Zweimal hintereinander hätte man auch ziehen können. Ha ha! Hä? 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 75%! Danke für euer Vertrauen. Beehren Sie uns bald wieder. Glückwunsch an jeden, der ihr Ja angeklickt habt. Das ist für euch. 200k! In die Tash! Was habt ihr denn? Kannst du auflösen, Trepex. Löst auf! Löst auf! Mach eine neue Runde! aci roma! laid tief, tot! иновat год auch DC ist? ably geht euch! Wir haben financing βgel ingredient Getare! Und zwar entsteht.